Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link to the Bast. In der letzten Folge habe ich euch mit einem Cliffhanger sitzen lassen und den werden wir jetzt, naja, wie sagt man, beenden, indem wir zum Endboss gehen. Und scheiße, ach du, ja ich erinnere mich, habe ich eigentlich noch, ja, ich bin eigentlich gut ausgerüstet und sollte den Herrn, noch einigermaßen platt kriegen. Und der erwischt mich doch auch gleich. Absack. Wird ich da überhaupt getroffen? Wird er da überhaupt getroffen? Hallo? Ups, weil er mich jetzt getroffen? Schön. Also, ich... Der trifft mich doch die ganze Zeit. Das ist nicht lustig. Gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, ja doch, es funktioniert. Oh, hat er sich gleich schon wieder tot. Ihr habt nichts gesehen. Ich bin nicht gestorben. Nein! Na, ich habe ja noch eine Fee. Dana, noch. Was das Ganze ganz praktisch macht. Ja klar, eins lässt sie übrig. Ist doch unfair. Oh, zack. Zack. Oh. Oh. Ah klar. Wie soll ich denn dem Ding, dem Ding, dem Ding, dem Ding, dem Ding da, dem... ... ausweichen? Oh, oh. Oh, 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 oh. Du. Yay. Äh. In den Kopf. Oder sollte ich eher sagen, auf den Kopf. Au. Jetzt habe ich nur noch die Hoffnung, dass... ... dass sich das Ding nicht regeneriert. Also, sei noch, ja, komm, komm zu mir. Alter. Yes. Erfolgreich besiegt. Mit nur einem Tod. So ist das doch schön. Und jetzt, ah. Ah, gibt's keine Medaillons mehr, jetzt gibt's Kristalle. Bam, 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 bam. Was passiert jetzt? Oh, da ist ja wer drin. Oje, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monster entrinnen. Einst war dies das Goldene Land, wo sich das Triforce, die Goldene Macht, befand. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, um an... ...sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das Goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir sieben Mädchen, allesamt Nachfahren der Weisen, können gemeinsam die Zukunft... ...den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir mir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Ich könnte natürlich jetzt nicht alles drücken, aber dann babbelt ihr den ganzen Scheiß noch mal. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Yes! So ist she. So. Und jetzt... ...muss ich überlegen, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Auf jeden Fall muss ich, glaube ich, wieder zurück an die Pyramide, wenn ich mich recht entsinne. Also... ...machen wir das einmal so. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe mich mal zurück hierhin geworbt. Hier ist eigentlich Hauptangelpunkt. Oder andersrum gesagt, von hier kommt man eigentlich am einfachsten überall hin. So. Wir haben noch eine Fee, was ganz gut ist. Und... ...wieder einmal... ...müssen wir ein paar Besorgungen machen. Ist ja fast immer so. Und man bekommt ein Item im... ...im Dings... ...im Dungeon. Mit dem man neue Wege gehen kann. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Ich bin mir nur gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich hier auch richtig bin. Ja klar. Geronimo! Dreh dich doch! Mensch, Meier. Plupp! 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 So viel zum Thema. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh... Müsste da sein. Lauf, Link! Lauf! Äh... Ja, ich glaube, ich bin richtig. Ich nehme lieber meinen... ...schönen Freund im Bumerang. Ja, wo Rückweg. Toll. Na, egal. Äh... Was guckst du mich so an? Ach so. Jetzt weiß ich es wieder. Der schmeißt mir Bomben. Hey, cool. One-Hit. Machen die das sonst nicht immer nur bei mir? So. Ah ja, klar. Geh sterben. Oder andersrum. Ich lasse dich sterben. Noch so einer. Ja! Kommst du her? Kommst du her? Nein. Yes. Äh, yes. Yes. In einer Flasche aufbewahren. Vorrat wieder aufgefüllt. Yay! Jetzt muss ich nur überlegen. Überlegen. Hier bin ich falsch. Au. Au! Menno. Komm mal an. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wieso? Ähm, ja. Ich bin ja auch, ich bin ja auch bescheuert. Ich bin ja auch einen voll zu früh abgebogen. Und tschüss, Leute. Also nicht ihr, sondern. Ähm, ja. So viel zum Thema. Oh, Entschuldigung, das war das Mikro. Jetzt sieht das doch schon besser aus. Das, glaube ich. Genau hier wollte ich hin. Ähm. Manchmal lassen die Bäume auf was fallen, wenn man die erwischt. Guck mal, wer bist du denn? Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötelspielen sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren. Den würde ich gerne wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, suche nach der Flöte. Hab keine Zeit dafür. Ich leide gern meine Schaufel. Viel Glück bei dir, suche. Du hast dir eine Schaufel geliehen. Damit kannst du im lockeren Erdreich graben. Ja. Ach, was mache ich denn? Aber. Ja. Guten Tag. Und jetzt wissen wir auch, wie das zustande kam. Ach, genau. So. Ha. Gefunden. Ich wusste auch noch, dass er hierher muss. Trara. Hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Du mahnst doch. Ich sage, ein Spiel später heißt das Ding dann Ocarina. Danke, Gorki. Aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte, nimm du sie. Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte, spiel mir ein Lied. Spiel mir das Lied vom Tod. In der Ocarina of Time klang mir immer ein bisschen anders. Alter, was ist denn jetzt kaputt? Der ist zum Bauen geworden. Auch jetzt sind wir schneller. Passiert noch nichts. Weil, wie er gesagt hat, mir müsse nach Kakariko. Ich will ja mal gucken, ob ich da von da unten auch hinkomme. Von hier oder... Guten Tag. Guten Tag. Angeditcht. Ist das hier schon? Oder ja, oder nein? Ist das das Echsenhäuschen? Wo ich eventuell mir dann mal den... Na, mein Junge, probier doch mal. Ich schieße deine Schießkünste an meinem Schießstand aus. Fünf Flücher kostet nur 20 Rubine. Ich winke mir ein paar extra Rubine. Na, wie wär's? Na, versuch mal klug. Versuch, fünfmal zu treffen. Ziel genau. Bereit? Ah. Alter. Möchtest du noch mal? Nein. Na ja, komm. Was sagt uns das? Meine Pfeile- und Bogen-Künste sind für'n Arsch. Man hat die roten Bosse in dem letzten Dungeon gesehen. Da hab ich das Serz... Was zum Henker. Willkommen im Schatzgarten. Grab in 30 Sekunden. Wie viel... Viel... Nur kann ich. Also, was du findest, gehört dir. 80 Rubine und ich kann losgehen. Einfach... Nein. Ist mir zu stressig. Ach du Scheiße, jetzt bin ich ja hier. Woll ich doch gar nicht fliegen. Mann, 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 Mann. Oh. Ach, Leute, ach, Leute, ja. Mal wusste ich das, ne? Wir probieren das einfach mal anders. Jo, das sieht doch besser aus. Aber wahrscheinlich komm ich da auch nicht hoch. Doch, da oben ist ein... Ich bin doch schon in... Nee, nicht ganz. Was willst du denn? Aua. Sup. So. Ich glaub, das war hier. Das Schlimmste ist, wenn man auf den Flaschen ist, kommt man immer nur mit rechts, links zurück. Das vergess ich immer. Diese Flöte hat meinem Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Wo ist er? Geht es ihm gut? Oh, ich verstehe. Dein Blick verrät mir alles. Bitte behalte du die Flöte und spiele dem großen Dorfvogel eine Melodie vor. Das wäre auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn nur nochmal sehen könnte. Ich glaube, das ist das große Viech hier in der Mitte. Man sollte es natürlich auch finden. Oh, jetzt wird er langsamer. Ich muss mal kurz was trinken. Ähm. Yay. Quack. Ich kann nichts machen. Äh. Daneben. Ja, wir haben erfolgreich den Vogel. Und jetzt können wir hier ein bisschen rumfliegen. Ich will da hin. Das ist super. Denn wie gesagt, Besorgungen. Ich hab da noch was vor. Ich weiß nur noch nicht wo genau. Renn halt in die falsche Richtung. So. Höh. Ah. Da oben sind schon wieder meine... Alter. Alter. Also. Das soll ich vielleicht... abmoksen, bevor du dich wieder bewegst. und den Weg hier finden. Ah. Mich Idiot. Ich hab ja ganz was vergessen. Genau das. Ich muss ja... Scheiße. Das Ding ist natürlich jetzt weg. Hey. Ach, jetzt bin ich da... Wir probieren das einfach mal ganz kurz anders. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da sind wir auch schon wieder. Leider hat sich mein Plan dann erübrigt. Denn ich bin ja in der Lichtwelt. Und das ist nicht gut. Und ich muss wieder in die Schattenwelt. Und ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Au. Au. Hilfe. Obwohl doch, ich habe eine Idee. Da sind wir nämlich schon wieder. Ich glaub nämlich, es war doch ein Portal. Ich nehm das mit. Ein Portal. Da. Und da wäre ich doch genau am Ausgangspunkt, wo ich eigentlich schon wieder hin wollte. Gut, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich da unten hin. Yes. Genau das hatte ich vor. Subi. Ich bin wieder in der dunklen Wo. In der dunklen Welt. So. So, so, so. Ach stimmt, hier ist ja jetzt... Auf jeden Fall, hier muss ich irgendwo hin. Genau. Also jetzt erstmal noch unten. Und ich hätte gerne meinen Boomerang. Hier unten. Ja, nee, ist klar. Au. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Alter. Wir wechseln ganz viel zwischen den Waffen hin und her. Weil's Spaß macht. Dann wollte ich den nur anheben. Dann geht er auf mich los. Interessante Geschehnisse hier. Tja, wir kommen in der Schattenwelt. Auch Dark World genannt. Ich muss euch dieses Lied mal in der Mittelversion... Was passiert hier? Höh. Anhören. Das ist göttlich. Meine Meinung. Halt. Mittelfern. Und so. Jetzt muss ich mir aber erstmal einen Weg ebnen. Wahrscheinlich bin ich hier verkehrt. Nein, bin ich nicht. Ja, geh weg. Geh einfach weg. Bei meinem Glück bin ich doch trotzdem wieder komplett verkehrt. Och Mann. Ihr wollt mich doch wohl... Echt verarschen. Gefunden, 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 gefunden. Jetzt kann ich zaubern. Tata. Ich stehe auf dem Werk. Und... Das kommt euch bestimmt noch bekannt vor. Yay. Yay, noch besser. Das Feuermedaillon. Seine Magie ruft eine riesige Explosion hervor. Achte auf deine Magieanzahl. So, das ist doch sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, wir sind wieder hier. Müssen jetzt, glaube ich, wieder... Ne, sind wir nicht sogar in der Nähe, wo wir hin müssen. Da unten ist die zwei. Optimal. Mit einem halben Herz. Da kommt echt Freude auf. Jeder Treffer ist tödlich. Zack. So. Jetzt muss ich nur den Eingang finden. Am besten auch noch ohne zu sterben. Ja, wieder auf den Rückflug. Müsste der hier sein. Sieht sehr noch aus. So, gehen wir rein. Und das sieht doch schon wieder sehr toll aus. Ja, meine Freunde. Das war's für heute. Gehabt euch wohl. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.